die wollen sagt und wie man nie was dazu ja wenn wir noch überlebenskampf machen wollen dann muss ich gleich mal gucken welcher das ist wir wollen einen freien modus und dann gucken wir mal wegen dem anderen überlebenskampf weil ich würde den gerne dem lagerhaus machen oder wir machen immer noch mal eine mission ist es auch mir ist das liegt eigentlich ein bisschen mehr an euch ich bin bei sämlichen unfug dabei so Oh. 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 Ja gut, die Frage ist halt, machen wir noch irgendwas jetzt. Wollen wir noch, oder wollen wir, wollte doch was machen. Mir ist es egal. Warte mal, dann rufe ich mal die alle. Lässt der Backer an, dann, weil ich habe gerade Kopf ohne Hände. Ich hatte lange Weile. Dann gucke ich mal, wie die wandern über Lebenskampf. Wie der heißt. Jetzt habe ich wieder über eine Million jetzt. Sekunde. Jobs hier oben. Job spielen. Meine Job ist kürzlich gespielt. Von Vox da erstellt. Überlebenskämpfe. Wie heißt der denn jetzt? Es sind noch ein paar neue dabei auch. Ah, wie ist der, wie ist der, wie ist der? Ah, hier. Ich habe ihn. Der heißt verarbeitet. Herr Lade, wir werden raus. Mal gucken, ob irgendwie einer noch dazu kommt. Ich mache es nochmal auf. Ich habe mal ein paar Leute noch mit eingeladen. Einfach so. Das macht schon und vielleicht doch was aus, wenn wir vier Leute sind. Ich würde auch sagen, das ist jetzt der letzte Job und dann nochmal Feierabend. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr da kommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr da kommt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr da kommt. Also, der Job wird schon gestartet. Okay. Das ist der, den ich meine. Da kannst du dich schön in der Tonne in der Fabrik verstecken. Das ist für uns mein Platz. Nur so nebenbei. Weil hier hinten steht dieser Container, weißt du? Ja. Und da verstecke ich mich aber sehr gerne drin. So, passt. Kannst ja machen. Ich verstecke mich hier hinten. Ja. Sei vorsichtig hier rechts mit dem Gastank. Ich weiß nicht, ob du hier stehst. Nee, ich stehe keine Frage. Ich bin in der anderen Halle. Na gut. Ich bin in der anderen Halle. Das ist gut, dass hier den Hallen kriegen dich die Helis auch nicht. Ja. Und du hast ja den Vorteil über den Gastanks. Na gut, die Helis kommen hier. Also Welle 4, 8 und 10. Das sind die drei Wellen, wo die Helis kommen. Die spawnen alle momentan bei euch da hinten, ne? Boah, die sind alle direkt hinter mir gespawnt. Ich bin losgelaufen und da sind die gespawnt. Ja. Scheiße. Ich komme mal hier raus wieder. Ja. Schön. Na gut, es waren nicht viele von meinem Platz aus. So, ich brauche keine Dings. Die Tannen spawnen auch wieder. Die spawnen alle rechts auf der Seite. Die spawnen alle hier. Ja, die sind tatsächlich in dem Moment, wo ich aus der Halle rausgegangen bin, sind die alle hinter mir in der Halle gespawnt. Ja, und genau so ging es mir in der ersten Welle auch. Mhm. Ich bleib jetzt an dem Punkt. Weil das passiert doch nämlich nicht, dass sie mir alle in der... Zwei, drei habe ich noch mitnehmen können, aber nicht viele. Auf einmal kamen sie hinten alle einzeln rausgelaufen. Ja. Und das waren dann fünf, sechs Stück und die waren dann einfach zu viele. Und das war es einfach zu kangerschtern. Also, ich, den Fall war über jeden Fall. Jus chapter 4 called? Ja, das war's. Wir sind heute mit Lieblingshofer, hier lips sucess殿thalassen gegangen weiter. Es könnten auch die ersten Autos kommen. Nee, oder? Doch, könnte schon sein. So, Moment. Ja, wie ist das Problem, wenn ich jetzt wieder hier rausziehe aus der Halle? Ich bin mir alle wieder vor der Nase. Ja. Wer steht denn da einzeln? Bitte vorsichtig, da steht ein Auto. Irgendwo links vor mir. Da muss ein Auto stehen. Komm. Ach, Yvonne, ist das. Yvonne steht da. Ich bin da hinten drin. Tschö. Ich kriege nichts ab hier hinten. Ich habe nicht einen Kill gemacht. Ich habe hier nichts abgekriegt hinten. Ja, so ist der Kev. Nichts machen, muss das ganze Geld abstrauben am Ende. Gut, ja, du musst das machen. Ja, aber abwarten. Jetzt kommen nämlich die Helis. Jetzt wird es ein bisschen heftiger. Das wird sich nachher noch hindern, wenn sie dann alle doch auf einmal kommen. Ich bin da hinten drin. Jetzt kommen sie nämlich. Der Heli würde ich jetzt fast ignorieren erstmal. Ja, die kriegen uns hier drin eh nicht. Doch, kriegen sie. Aber nur ganz schwer eigentlich, wenn man richtig steht. Also der Heli hat schon mal einen Schützen weniger. Ja, ich dachte ein bisschen weiter vorne. Und dachte mir, ja, kriegst du schon hin, aber der ist dann doch ein bisschen. Von vorne kriegen sie einen Weg. Gehst du die zwei geholt? Bin ich gerade beim Versuchen. Aber dann komme ich mir schon mit dem Heli. Weg. So, geht die mal auf den Sack. Die sind trotzdem vorbeigeflogen noch. Schlecht. Wille Föhn. So, das waren die ersten. Jetzt kommt ein Auto. Jetzt kommt ein Auto. Jetzt kommt ein Auto. Ich habe weiter hoch gesprungen. Ja, die kommen da über die Mauer gesprungen, Baby. Musst du aufpassen. Vorsicht, das Ding explodiert. Okay. Ja, die roten Tanks können da zerschießen. Die grünen, die glaube ich nicht. Zwei Autos. Wenn man so weit genug reinfahren, dann wird es passieren. Ja, sind sie nicht. Ich werde Föhn für überlebt. Oh, Baby, schlägt's zu. Ja, ja, die hat aber auch, ich muss nur sagen, im letzten Versuch schon. Meine, 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 ich hatte voll. Okay. Auf jeden Fall sind wir hier ein bisschen effektiver als im letzten. Die, weil die Map aber auch nicht so offen ist. Du hast hier bessere Versteckpunkte. Baby, bei dir kommt wieder ganz viel. Komm, wieder ein Auto. Warte mal. Komm, bei euch kommt ein Auto oben, ne? Ja. Es sind halt immer nur zwei Leute drin. Das ist es halt. Wieder ein Auto. Bei mir. Das war's. Zwei Autos, zwei Leute. Gut. Die NKW. Ja. Hey, ja, 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 die kommen ja jetzt schon. Auf jeden Fall gab's noch ein Ernährungsmittel, die Götze. Ich bin gesessen halt bei denen. Pass auf, Baby, die können wieder auf die Mauer geklettert kommen. Na, die werden immer cleverer jetzt. Heli. Ignorieren. Zumindest jetzt gerade. Jetzt sind wir zwei Helis. Auf Ende sieben schon. Komm, nicht will acht. Zwei Stück gleich. Na, sollen sie mal kommen. Ist sehr interessiert. Scheiß. Was ist das? So, also die normalen Gegner sind alle weg, ohne ob die hier liegt. Hi, Heli, habe ich mitgenommen und der zweite schwer angeschlagen. Ich wundere mich, dass ich nicht den Dings rausgeholt habe, den Piloten. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot, der Heli. Aber ich glaube, dass der auch nur noch einen Piloten hat. Oder hat der einen Schützen noch drin? Jetzt hat er nichts mehr drin, jetzt landet er gleich. Das ist das Gewehr. Ja. Sehr schön. Im Zweifel, hinten die wir uns auf den Dings schießen, auf den kleinen Propeller hinten schießen. Dann wird es das effektiver. Ja, hinten liegt ja Dings. Den ersten habe ich schon mit der Minigun geholt, den zweiten habe ich nicht mehr ganz gekriegt. Welle, acht, liebe Leute. Ich bin jetzt mal hier in der Rede rübergekommen und ich schieße es nun schon direkt in den Dings an. Hm. 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 Nicht schlimm, alles gut. Hm. 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 Ich hasse das, wenn jemand vor mir spawnt. Ich geh wieder rein, das ist mir zu heiß da draußen. Die standen auf einmal alle vor mir. Ja, ja, alles gut. Bleib mal da drin. Ich glaube, ich habe zwei, drei habe ich mitgenommen noch. Drei waren es. Jetzt kommt Feuer. Ich weiß. Drei waren es. Das war der letzte mit der Granate. Sehr schön, Leute. Jetzt kommt die Mini-Garn. Jetzt geht es los. Ja, die müsste da irgendwo liegen. Eingang von der Halle. Hier hinten in der Ecke liegt die. Hier müsste die liegen. Ich habe meine... Ich habe ja eine. Die Christabung 120, glaube ich. Uiuiuiuiui. Die wollen ja... Ich habe die... Okay, Gott sei Dank. Welle 9. Nehmen wir mal was mit der Welle verkackt. Mit der Welle 9 verkackt. Dann brauche ich jetzt aber auch nicht Action. Bei mir kommt aber jetzt auch gerade was handelt. Oh, hier bei mir. Rechts geht es jetzt ab, glaube ich gleich. Ich bin vorbegebringt. Nein. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich sauber so jetzt kommen drei helis so ich bin aufgeladen in sachen panzerung ich habe gerade ich krieg sie schon wieder komplett ab du kommst dich in der zeit zurück ich habe so gut wie gar nicht so weg nächster heli drei stück ja wie es gesagt habe dieser bleibe ich auch hinten drin das ist mir mit 3 mit 3 ist es mir zu heiß so 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 ein paar gegner ich bin tot ich ignoriere die helis jetzt gerade mal komplett ich bleibe jetzt ein bisschen wieder drinnen es ist noch ein gegner und ein heli aber drei helis so 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 die halten aber auch die fressen aber auch heli weg ist der letzte da ich hätte gekriegt von dem baby sieht an ihr ein gegner ein heli er geht rechts probiert so glaube ich da kommt der rechte sehr heiß der lebt noch mehr lebt nicht mehr okay jetzt noch der heli zwei konnte ich ja schon abnehmen der dritte war leider dann doch einer zu viel kannst du dich rechts vorziehen und hier eine kiste naja der ist nicht ganz ohne hast du granat werfen oder so granatwerfer lenkraket oder sonst irgendwas minigun die heilung für dich die führte fallen rauchen und fallen er nimmt davon gar nicht das gehen wir noch hin genau software und bier das hilft nein das ist wirklich nicht das kostet eigentlich nur lebensenergie bier und Zigaretten genauso ja du hast vor der links hast du zum beispiel noch direkt vor der da jetzt kommt gerade wieder richtig stark ja klar der kreis jetzt eine ganze weile der ist gelandet oder ja bestanden doch ist der sprit dem ausgegangen oder war 30.000 kriegen wir sogar nice leute wir haben es geschafft gefühlt ist ja tatsächlich bisher der sprit ausgegangen ist abgestürzt ist aber okay sollen wir recht sein da sind tatsächlich neue dabei dieses atom silo und den zack kudo überlebenskampf die würde ich gerne noch mal noch mal machen aber hier der betriebshof zum beispiel ist der einfachste von denen weil du halt wirklich gute versteckpunkte hattest sieben ist schon beendet ja bei mir die folge geht gleich so weit wir jetzt im ding sind im plan ja ich will jetzt mal kurz eben noch schnell neuerdings kaufen snacks und so scheiß kaufen genau dann ist jetzt mal wo ist auch immer die ellen links kampf aber gut wir haben einen bis mit dem neuen geschafft und die letzte bis 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 10 ein wenn man gut gemacht definitiv ja 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 ich möchte dir zusammen das auch ihr seid mit dem sauber nur ich sag dann schon mal tschüss ja bis nächste woche